Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch die geilste oder schönste Base Location die es gibt auf Extension. Wo ihr genau hinkommen müsst ist zu dieser Location wo ich jetzt gerade auf der Karte zeige bei 4550. Das ist eigentlich genau in der Mitte. Wenn man da in der Techstadt ist muss man da zu diesem kleinen See kommen und ringsum man sieht da noch die gelbe Lichterkette sage ich jetzt mal. Ja und wenn ihr jetzt da seid seht ihr da so ein riesen Gebäude wo ein Wasserfall runterkommt. Da unten könnt ihr jetzt ganz einfach Tore setzen und wenn ihr die Tore gesetzt habt ist das schon mal unmöglich reinzukommen. Natürlich muss man noch dann die Schütze und alles voran machen aber für den Anfang kann man einfach so Tore hinsetzen. Wenn man jetzt reingeht denkt man oh da ist ja alles Wasser am Boden. Ne es ist alles gerade und von diesem Moment an kann man da Fundamente setzen und wirklich über die ganze Länge alles Fundamente setzen. Da hat man schon mal einen coolen Abstellplatz für die Dinos. Und wie man sieht ist da so eine kleine Location wo man unten reinrennen kann und da ist wirklich drei geschlossene Wände. Wenn man jetzt da drin ist hat man also von drei Seiten schon mal Schutz. Von vorne hat man eigentlich auch Schutz weil man überall so Biomov Tore gesetzt hat und es ist auch ein bisschen eine versteckte Location da im Gebüster. Wenn man jetzt ganz am Anfang ist und nicht gefunden werden möchte ist das wirklich eine der geilsten Location die ich je gesehen habe. Und wie man sieht überall passen die Biomov Tore rein. Da habe ich ein bisschen verspielt da beim rechten Tor aber das kann man immer noch ein bisschen umsetzen. Wenn man jetzt nach oben geht, weil man unten überall Fundamente gesetzt hat kann man oben ja auch Dächer setzen ohne dass man sie abstützen muss. Das heisst man kann oben eine richtig cool also wirklich alles geschlossen machen und wenn man hinten in der Ecke so eine Falltüre macht dann kann man da auch runterfliegen. Und wie ihr gesehen habt ihr müsst da einfach ein bisschen abchecken wie ihr es machen wollt. Und ich habe es jetzt so gemacht hier hinten habe ich noch ein klein Fangkäfig gemacht dass ich alle Dinos reinwerfen kann die ich möchte. Und ja Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst doch bitte eine kleine Bewertung da ein Abo würde mich freuen. Und wenn ihr mehr ARK sehen oder hören wollt von mir dann bitte ab in die Kommentare und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.